Tausende protestieren gegen den Klimawandel. Doch immer mehr Autos verstopfen die Straßen. Der CO2-Ausstoß muss sinken, aber die Luftfahrtbranche weltweit boomt. Energie soll aus Wind und Sonne kommen. Gleichzeitig wird die Kohle gefördert. Klingt paradox? Ist es auch. Das Klima zu schützen bedeutet einen drastischen Wandel für die Unternehmen und für jeden Einzelnen. Wenn nötig, muss der Staat eingreifen. Zum Beispiel bei der Förderung erneuerbarer Energien. Deutschland gilt hier als Vorreiter. In den letzten 20 Jahren wurden die Kapazitäten massiv ausgebaut. Auch mit Hilfe von staatlichen Subventionen. Bei diesem Projekt wurde eine Solaranlage auf dem Dach eines Mietshauses installiert. Die Mieter können so sauberen Strom direkt beziehen. Für Mieterstromprojekte braucht man weiterhin Förderung, weil in der Regel die Leistung, die man auf einem solchen Dach installieren kann, einfach nicht so wahnsinnig groß ist. Und man hat doch sehr lange Laufzeiten, wo man eben den Strom verkaufen muss. Bis zu 20, 25 Jahre läuft eine PV-Anlage und die brauchen wir auch, um da wieder rauszukommen positiv. Für Solarstromanbieter rechnet es sich ohnehin nur, da sie für jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde eine Vergütung von rund 10 Cent bekommen. Für die dezentrale Versorgung mit Solarenergie gibt es in Deutschland noch großes Potenzial. Das, was wir fordern an der Stelle, ist tatsächlich eine deutliche Vereinfachung für uns als Mieterstrom-Anbieter. Man sollte es auch den Vermietern ein Stück weit einfacher machen. Subventionen können ein geeignetes Mittel sein, um neue Technologien in den Markt zu bringen. Ohne Förderung würde es viele Solar- und Windanlagen wahrscheinlich heute gar nicht geben. Doch häufig wird das Geld vom Staat alles andere als klimafreundlich vergeben. Insgesamt flossen im Jahr 2018 in Deutschland staatliche Subventionen in Höhe von 188 Milliarden Euro. Knapp ein Viertel davon waren klimaschädlich. Zum Beispiel Steuernachlässe für die Industrie- und Autofahrer, sowie Subventionen für die Luftfahrt oder die Braunkohleförderung. Nur rund 9 Milliarden Euro flossen dagegen in erneuerbare Energien oder Elektromobilität. Doch immer mehr Unternehmer setzen sich für den Klimaschutz ein und gründen Initiativen wie Leaders for Climate Action. Sie fordern zum Beispiel den sofortigen Ausstieg aus den fossilen Energien. Und Firmen, die viel CO2 ausstoßen, sollen dafür zahlen mindestens 50 Euro pro Tonne. Grundsätzlich brauchen wir Rahmenbedingungen, die die Technologien, die negativ sich auf das Klima auswirken, teurer machen. Und Technologien, die positiv sich auf den Klimaschutz auszahlen, günstiger machen. Das wird am Ende dann auch den Konsumenten dann auch dann leichter fallen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Deswegen brauchen wir auch marktwirtschaftliche Instrumentarien, um das zu tun. Wir brauchen nicht notwendigerweise mehr Subventionen. Doch weltweit fließen noch immer Milliardensummen für fossile Energie wie Kohle, Öl oder Erdgas. Global wurde der Verbrauch von konventioneller Energie im Jahr 2018 mit rund 820 Milliarden Euro gefördert. In der EU zum Beispiel ist Kerosin steuerbefreit. In vielen Ländern ist der Strom billig. Der Verbrauch von erneuerbaren Energien wurde dagegen nur mit rund 270 Milliarden Euro subventioniert. Von Subventionen profitieren oft große Stromkonzerne, kleine dezentrale Energieversorger werden benachteiligt. Eine Lösung könnte dieses Modell sein. Auf einer Internetplattform können sich Stromverbraucher und Erzeuger vernetzen und direkt miteinander handeln. Auf der Webseite sind jeweils die Anbieter von Solar-, Biogas- oder Windanlagen gelistet und die Kunden können wählen, von wem sie ihren Strom beziehen. Der Fokus der Diskussion muss jetzt auch mal von der Subventionierung von neuen Anlagen weggehen, sondern um eigentlich das ganze Energiesystem intelligenter umzubauen. Wirklich Innovationen über die Anreizregulierung zu treiben und nicht einfach, indem ich Subventionen von links nach rechts verschiebe. Für echten Klimaschutz reichen staatliche Fördergelder allein also nicht. Vor allem müssen wir umdenken. Für Unternehmer eine Herausforderung und Chance zugleich. Für Unternehmer eine Herausforderung. Für die Dunkelung von Benut, also ein Körner, 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 ein Körner. Vielen Dank.